servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal mit richtig fetten neuigkeiten am wochenende ist die blizzcon oder die blizzcon online blizzcon online wie auch immer und es wurde ja gemunkelt dass da die inhalte beispielsweise zu patch 9.1 veröffentlicht werden jetzt ist blizzard ein kleiner upsie passiert und aus sehen haben sie pressematerial geleakt was eigentlich erst am wochenende rauskommen sollte das heißt wir wissen jetzt schon was uns in blizzards 9.1er patch für wo wie erwartet wir wollen uns das ganze mal schnell durchgucken und wenn euch das video gefällt lasst ein like und ein abo da aktiviert die glocke und damit geht's rein wir haben erstmal einen relativ story lastigen eingangspost so den atrius sei den atrius wurde besiegt aber die macht im schlund wächst immer weiter chains of domination heißt der patch also ketten der herrschaft nehme ich an und wir werden in die tiefen der domäne des kerkermeisters eindringen und versuchen die natur seines fiesen plans aufzudecken dazu kriegen wir unterstützung der vier pakte die champions der horde und allianz tragen den kampf zum kerkermeister aber er hat einen fürchterlichen neuen champion in seinen reihen und all das wurde eingeleitet von sylvanas und wir wollen uns das ganze jetzt mal angucken die zeichen deuten schon sehr darauf hin dass es dabei um anduin geht einmal haben wir in 9.1 ein neues gebiet namens kortia die stadt der geheimnisse in der wir neue quests und sogenannte outdoor activities erledigen können wird wahrscheinlich genau wieder so ein gebiet wie nialota oder was hatten wir in patch 8.2 das gebiet von ashara da unten ihr wisst was ich meine ich komme gerade nicht auf den namen bin immer noch ein bisschen angeschlagen aber ihr wisst worum es geht dann haben wir als feature die pakte schlagen zurück mit der kraft der kiriana nach feen nekrolords und ventir die wir zurückerlangt haben erwartet uns eine neue kampagne und gemeinsam wagen wir einen angriff auf das territorium des kerkermeisters also ich gehe davon aus dass die pack kampagne dann fortgeführt wird und wir eben dann voraussichtlich mehr im schlund unterwegs sein werden noch mehr als ohnehin schon mal gucken wie sich das ganze auswirkt dann haben wir einen neuen raid das sanctum of domination also das sanctum der herrschaft nehme ich an was ich ein bisschen komisch finde das ganze spielt wohl in unexplored reaches also in unerkundeten gebieten von torgast und ist laut dem ding hier ein 10 boss raid ähm bin ich deswegen mal gespannt wie sie das ganze in torgast noch reinpacken wollen gut wahrscheinlich wird irgendwo ein neues portal aufgemacht aber gleichzeitig schreiben sie wir treffen auf das wahre auge des kerkermeisters kämpfen gegen den terror gru das ist das ding wenn ihr zu oft im torgast gestorben seid was euch verfolgt und wir werden wohl gegen sylvanas antreten ähm und darauf nochmal bezogen meine verwunderung dass sie den kerkermeister jetzt schon reinbringen und scheinbar sylvanas wobei ich mir vorstellen könnte dass wir vielleicht gegen sylvanas kämpfen und nur gegen weiß ich nicht wenn hier steht auge des kerkermeisters dass es irgendein diener von ihm ist wie auch immer und er selbst dann endboss des addons wird wir werden sehen bin auf jeden fall sehr gespannt dann haben wir einen neuen mega dungeon tazawesh tazawesh the wild market ähm acht bosse mythic mega dungeon in einem bazar von mysteriösen händlern klingt ganz interessant dürfte wahrscheinlich so werden wie mechagon also ein großer zusammenhängender dungeon der dann für mythic plus in zwei teile gesplittet wird so könnte ich mir das vorstellen und dann haben wir noch den punkt and more gear up for shadowlands raid dungeon in pvp season 2 also wir haben 9 raid wo ihr ausrüstung sammeln könnt die pvp und dungeon season 2 geht mit 9.1 los wir haben einen neuen affix der sich um die kraft des kerkermeisters dreht wir bekommen neue kosmetische paktausrüstung für jede klasse wir können die kräfte unserer soulbinds und medien verstärken es gibt neue mounts und pets und wir können in den vier gebieten der pakte also revendreth mal draxus bastion und adenwald fliegen was ich aber schon gelesen habe bevor das jemand fragt wir können wohl nicht in oribus fliegen und auch wohl nicht im schlund also nur in jenen besagten gebieten dazu haben wir ein nettes logo chains of domination das ist wohl das logo des patches sieht ganz cool aus und dann haben wir das dürfte ein ziemlicher major spoiler sein anduin in einer kerkermeister ähnlichen rüstung oder er sieht schon so aus wie viele mobs oder angelehnt sagen wir es so aus mobs aus dem schlund und aus den torgast gebieten sieht ziemlich cool aus aber muss ich sagen mich erinnert auch das hier mit den weißen haaren und seinem gesicht echt stark stark an arthas neulich hatte mich ja noch jemand unter einem post gefragt ob ich glaube dass anduin arthas 2.0 wird ich hätte es nicht gedacht aber scheinbar zieht blizzard den trigger alter blizzard den trigger so rum und macht aus anduin einen neuen schurken wenn das so weitergeht bin mal gespannt wie sich das entwickelt dann haben wir hier tasawesh ähm ein bild da sehen wir diese händler die aussehen wie venari aus dem schlund neue paktrüstungen ja finde ich jetzt sind scheinbar alles stoff sets die sind ja meistens na gut was heißt meistens sind teilweise ganz gut aber es gefällt mir jetzt nicht so dann haben wir das sanctum der herrschaft domination der boss sieht ziemlich cool aus cortia das neue gebiet erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den mix aus torgast und adenwald bin auch mal gespannt wie sie das dann noch auf die schlund map mit reinpacken und wir haben fliegen dazu gibt es dann noch weitere leaks zum beispiel zu einem burning crusade classic server das werde ich in einem separaten video nochmal aufarbeiten nur hier schon mal die ankündigung es wird einen solchen server geben und wahrscheinlich in 2021 in diesem sinne haben wir viele wichtige dinge aufgedeckt die blizzard sonst eigentlich am wochenende zeigen wollte für mich persönlich ich kann mit leben da ich am wochenende höchstwahrscheinlich nicht da gewesen wäre und alles nicht hätte aufbereiten können entsprechend umso besser dass ich jetzt schon darüber berichten kann sieht alles ganz cool aus mal schauen ich denke das war jetzt so eine pressemitteilung da steht immer nicht alles drin ich denke da wird es am wochenende noch viel mehr infos geben wir bleiben gespannt schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet und damit bedanke ich mich bei euch fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen reingehauen Bis zum nächsten Mal.